so leute willkommen zurück zu dead rising 2 jawoll jetzt wird das richtig krank hier hat einer abgegast ja aber sowas von hier hatte einer übelste blähungen box of nails komm hier durch hier geht richtig was los sagt jetzt mach die tür auf bist bereit ja ja alles voll zugegast hier und hier ist eine mit einer königin aggressiv aggressiv die sind alle bei den pfeilen hinterher ja das ist ja bei mir immer noch die andere quest und lässt nicht ablässend folge mir wo er legt mich am arsch ich bin gleich starr was ist alles kaputt ich gehe abkürzung durchladen aber sind noch nicht alle so wir haben noch glück die kosten hier rum und es brennt hilf mir da sind auch bestimmt keine looter mehr hier ne da glaube ich aber auch nicht bist du weit weg von mir ne ne ich bin fast direkt hinter dir gut wegen durchdings gehen oh mein gott da ist schon wieder einer mit einer königin da bist du jawoll jetzt sind wir direkt beieinander oh geh durch ich kotze ich muss das schütteln dwe drücken da habe ich auch gerade gemacht killer zombies klatschen uns voll weg er kam von hinten er wollte mich besamen und zombie babies machen guck mal und der militär schieb ein hummer will ich nicht sein auto naja wo sind die kraft sind die kraft merken mich am arsch wo stehen wir vor sondern haben wir mit mit kettensägen dran ja das wäre geil weiße das militär kommt das militär kommt da kommen also drei männer kommt die sterben direkt genau nur weil hier abgegast wird ja voll die oberprofis anzukurzen läufst du rechts oder mit oder wo bin ich bin ich bin gerade im bastel ding gegangen hat toll war es mal nicht wort für dich ding ding ich habe paddel cool ich warte ich warte in dem shop die kommen wir nicht rein mir rennen gerade vier stück hinterher von den dicken kommen wir zu mir aber hatte und ich habe noch mehr rein ich dachte ich wäre in sicherheit dass du hier warum fliegt den weg drei stück wir sind drei stück und drei stücke ich wäre froh wenn ihr drei stück wären hier sind glaube ich zehn ich kann doch zwei stück zusammenbasteln oder nicht zwei queens nicht weil die andere die lassen sich jetzt fliegen ohne scheiß wir sind bestimmt noch mehr als zehn vielleicht tot ich glaube die sind hier gerade alle durch durch seine gaswolke gelatscht er macht die tür zu so ich warte jetzt hier warte mal wo bist du boah du bist ja echt fast matsche ich habe noch einen orange schuss hol mich hier raus krank ich töte die dicken und dann kommen da erst mal direkt drei stück raus drei stück du hättest aber mir gucken müssen alter wie die hier abgehen jetzt die zombies richtig krank ich wäre froh wenn ich drei stücke gehabt hätte nein der kotzt mich voll so ich jetzt erstmal eine ecke wo hier stecken schwert im stein ach toll dachte wir excalibur wie die abgehen die rasten richtig aus ja ich bin hier oben hallo soll man noch was essen naja komm lass mal eindecken entspannte musik den betteten sushi lecker sushi ich will auch sushi aber das ist voll behindert ich habe jetzt zwei queens wenn es gleich zu eng wäre dann knall die mal dahin jetzt ist hier nichts mehr für mich doch hier bist du auch noch ach hier ist ein sushi ich will einen mitnehmen noch ich will den barocker nicht ich habe sogar drei bienen boah krass ach könige ja ich will dem nicht warum haben wir gerade nicht meine gebaut was braucht man dafür nochmal zwei orange juice die musste mixen dann hast du nektar und das kombiniert mit einer biene bist du gleich an tür ach da müssen wir durch ich bin werf da gleich was hin wenn wir so nicht durchkommen hier da müssen wir her ja oder warte wir können auch so da rein boah geil platzt das wäre geil wenn die alle nur punkte geben würden boah glück gehabt oh underground boah jetzt braucht man ein auto naja ein zog da sind schien so einen den man selber nur ankurbeln muss kennst du die noch doch hier geil jeder kann eigenen fahren boah oh warte oh müssen wir denn landen naja durch die absperrung ne na toll da können wir nicht durchfahren ne toll ich nicht boah ist das scheiße video mit einer kleinen waffe mit einer kleinen waffe ich glaube der ist bekloppt geworden ohne hoffentlich kein psycho alles ok doch das ist ein psycho doch das ist ein psycho ja genau und ich habe nichts zu trinken mehr doch noch einen sushi habe ich der ist ja super drauf oh er kommt jetzt rennen wir nur weg wo ist der granate habe ich leicht getroffen am arsch hör mal so ich sehe gar nichts ja immer bei den soldaten ist das denn für einer warum ist der zombie da ich treffte nicht damit trifft nur voll wenig er ist wenig aber reicht müsste reichen weg 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 ja ich hab auch hier sein granadieren ist er weg gerannt pass auf hat man gemacht granate pass auf meine waffe ist alle scheiße die hier auch ich habe eine granate hier oben ist ja gar nichts ich warte jetzt bis er sich einmal irgendwo hin bewegt erst mal im sushi ich hab auch grenade sushi aua miss man kann die nicht ein eisen bisschen nix mehr boah wir haben nur drecks waffen für den ja jetzt granate was macht der denn da er legt nach hast du das hier voll das waffenarsenal boah der hammer ist geil wenn du triffst ja genau was macht er denn da oh oh töte ihn nein aua oh oh scheißen dreck nein der schießt mir in die fresse ja genau ich hab nur noch einen geh mal eben weg ich hab noch drei ich hab noch irgendwo oh ich hab noch den drillbohrer ja toll der schießt mir ins gesicht warte bis er nachlädt oder töte ihn ey warum macht der denn nix ich treff den nicht der hat mich voll weggeschmissen ja genau ey warum warum greift der denn nicht an ich bin tot aber ich jetzt auch glaube ich jetzt wirft der wieder scheiße boah wo ist der ja der steht da hinten in der ecke ich seh schon ich warte bis er nachlädt kommst du dir oder ne help me ist gut ich hab nix obwohl ich hab nektar ja toll ja läd nach jawoll boah sauber das ist voll der verrückte also von am sterben aber hauptsache ich will meinen nektar nicht opfern jetzt wird gefickt ich glaub der hat uns als zombies gesehen ne glaub ich auch glaub ich auch ja genau bring me to the safe house oh das war schon mal gut das war die nicht tragen müssen level up level up oh attack damage new skill move acquired hab ich auch da komm wiederum schon mal eingeblendet ne oh ich muss die trugen komm dann holt achso ja warte mal wo müssen wir hin ja äh keine ahnung ja im safe house ich kann einfach mal dahin wo wir hin müssen können wir hier rausfahren können wir nicht hier über die map warte jetzt müssen wir einmal schauen pass auf und zwar wenn wir dahin gehen wo wir halt ähm in der näher sind mit dem ding wenn wir einmal um den kreis fahren safe punkt wir laufen jetzt einfach jetzt gerade durch hier in den anderen round durch jo ich hab so einen neuen äh warte kann ich hier ablegen warst du mal ja genau das geht weißt du und ich soll jetzt laufen dann holt wohl dir auch einen wagen ich habe toll hattest du eh nur das stück nach oben ne ja ne nicht nach oben da hier vorne hier ist das safe house dahin exit und safe house siehste hm hier komm rebecca oh speichern da hast schon ich will auch speichern oh nein ich climb jetzt rebecca setz dich wieder auf das auto wir fahren durch ne ohne scheiß wir können hier unten ziemlich nah da dran kommt oh oh warte ma ey zombies gibt es